Hallo, willkommen bei American Bakery in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Arzt-Thema-Torte und das ist als Dankeschön für alle die großartigen Ärzte da draußen und für alle die großartige Arbeit, die ihr macht. Also vielen Dank dafür. Legen wir los. Weil wir alle noch zu Hause sind, ist das eine 10 cm Torte nur für uns. Das ist Zitronenkuchen und Zitrone-Amerikanische Buttercreme. Rezepte folgen. Ich stapele und streiche die Torte und mache das Kuchenbrett sauber. Dann streiche ich die Torte nochmal. Dann rollte ich weißes Fondant aus und deckte die Torte damit. Ich schnitt das übrige Fondant mit einem Messer ab. Als ich zufrieden war mit der Torte, rollte ich ein Stück weißes Fondant ziemlich dick aus. Circa einen halben Zentimeter. Ich schnitt es in eine gerade Linie. Dann wickelte ich es in einem Kreis mit dem Ende am Liegen, um einen Kragen zu machen. Im Nachhinein hätte ich die Enden ein bisschen breiter gemacht, aber es soll so aussehen wie einen weißen Labormantel. Dann rollte ich noch einen Streifen weißes Fondant und schnitte es, um gleich an den Kragen zu kommen und legte es gerade die Streifen in die Torte runter. Dann benutzte ich einen runden Spritztülen, um Knöpfe zu machen aus weißem Fondant. Ich schnitt runde Kreise aus weißem Fondant und presste einen Kreis rein mit einer großen runden Spritztüle und Knopflöcher mit einer kleinen runden Spritztüle. Dann tate ich die Knöpfe an den Streifen. Als nächstes holte ich rotes Fondant aus und rollte es aus. Und schnitt ein rotes Kreuz aus, indem ich vier Ecken aus den Ecken von einem Viereck aufschnitt. Dann platzierte ich es an der Brust des Mantels. Dann rollte ich ein hellblaues Fondant aus. Ich schnitte es in einem Rechteck und presste Linien in das Rechteck mit der stumpfen Seite des Messers. Dann stellte ich es auf und knickte die Seiten an der Seite der Torte. Es soll so aussehen wie eine medizinische Maske. Wir sind alle damit vertraut heutzutage. Dann rollte ich ein paar Schnuren aus blauem Fondant, um die Ohrfäden zu sein und klebte sie dran erst beim Kleber. Ich rollte graues Fondant in einen dicken Schnur und formte es in einer Form, die ich nur als Stethoskop mäßig beschreiben könnte. Ich platzierte es um den Kragen des Mantels. Dann presste ich ein rundes Stück Fondant an der Seite der Torte. Endlich rollte ich eine dicke Schnur aus, um die zwei Teile des Stethoskops zu verbinden. Ich wollte irgendwelche Pillen an der Torte haben. Ich rollte erst eine Schnur blaues Fondant und schnitt sie in kleine Stücke und rundete die Kanten. Leider war mein blaues Fondant ziemlich trocken und die meisten sind auseinandergefallen. Also, habe ich die zwei behalten, die noch gut aussahen und ich machte eine andere Art Pillen. Diesmal benutze ich eine runde Sputztügel und schnitt ein paar weiße Punkte raus und benutze ein Messer, um eine Linie reinzupressen, damit sie so aussehen wie Aspirin-Tabletten oder irgendwie so und tat sie auf das Kuchenbrett. Ich liebe diese Torte. Ich finde, es sieht wirklich so aus wie einen weißen Labormantel. Es erinnert mich an das Equipment von Ärzten. Dankeschön medizinisches Personal für die wichtige Arbeit, die ihr macht. Wir schätzen euch! Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakeringermany.de Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche. Aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.